Europa League Der Bundesligist kommt mit den frech auftretenden Gästen anfangs überhaupt nicht zurecht, ein Debakel droht, am Ende wird es aber noch überraschend knapp. Nach einer phasenweise erschreckenden schwachen Leistung hat RB Leipzig das brisante Duell gegen RB Salzburg zum Auftakt der Gruppenphase der Fußball-Europa League verloren. Die Sachsen unterlagen am Donnerstagabend dem RB-Team aus Österreich mit 2.3, 0.2. Frederik Gulbranzen, 89., besiegelte mit seinem Treffer für Österreichs Meister kurz vor dem Ende die Pleite der Leipziger. Yusuf Boulsen, 82., und Konrad Leimer, 70., hatten nach einem 0.2-Rückstand zunächst noch den unverdämmten Ausgleich erzielt. Die über weite Strecken der Partie besseren Gäste waren in der ersten Halbzeit durch Minister Buhr, 20., nach einem Fehler von Stefan Ilsanke und Amado Haidauer, 22., schon einmal in Führung gegangen. Die Sachsen stehen nach dem ersten Spieltag Gruppe B mit Rosenborg Trondheim und Keltik Glesko schon unter Druck. Nach einem holprigen Start in die Bundesliga-Saison wartet zudem am Sonntag der deutsche Pokalsiege Eintracht Frankfurt auf das Rangnick-Team. Beide von Red Bull-Besitzer Dietrich Mateschitz unterstützten Klubs neutralisierten sich anfangs im Mittelfeld mit ihrem Pressing. Den ersten Torschuss hatten die Leipziger durch Kapitän Kevin Kampel, 18., ansonsten fand die Leipziger Offensive vor der Pause nicht statt. Der Bundesligist hatte zwar mehr Spielanteile, doch die vielen Fehlpässe, Unkonzentriertheiten und Missverständnisse im Spielaufbau luden die Gäste zum Kundern ein. Hinzu kamen Patzer in der Defensive. So spielte der erfahrene Ilsanke ohne Not einen Pass zurück zum Keeper. Der mitlaufende Opamekaner spitzelte den Ball zum Wogo, der glänzend reagierte. Den zurückspringenden Ball verwertete der Buhr per Kopf zur Führung. Zwei Minuten später wurde die Sachsen-Abwehr ausgespielt, der von Leipzig umwordene Heiderer musste nur zum 2.0 aus Nahdistanz einschieben. In der Pause korrigierte Rangnick seine Mannschaft. Bullsen, Diego Demer und Nationalspieler Marcel Halstenberg, der neun Monate nach seinem Kreuzbandriss sein Pflichtspieldebüt gab, kamen für Brummer, Nordimo Kühle und Jan-Kevin Augustin. Leipzig drückte und kam noch zum Ausgleich. Doch dann wurden alle Hoffnungen doch noch zerstört. Liebe Leserinnen und Leser. Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team Wir sehen uns auf denглядen Film. »